hallo leute und willkommen zurück zu dieser aufnahme session wir hatten einen kurzen cut und schlangen mit eiern braunen eiern wie immer die unsere kunden mit ihren haustieren genau so schlangen dabei schon vorher spinnen also ein komisches vieh also so eine fledermaus normale spinnen gehen ja noch diese die erlauben sogar noch die sind okay das ist nicht okay ach hier war dieses laser rätsel woran ich mich erinnere wobei das auch kein rätsel ist jetzt unbedingt damit können wir uns gegenseitig grillen aufpassen wo du verschiebt oder das hin verschiebst da kommen wir keine gegner auf dem licht müssen wir machen genau die laser genau ohne dass ich entschuldigung wir können uns grillen ja ja gut deswegen sollten wir hintereinander stehen ja ist ja nichts passiert du sagst doch extra wir können uns grillen ich wusste ich hab dich da nicht gesehen aber keine paar sekunden später ich hab dich da nicht gesehen komm wir machen ja mal einen cut kurz nein das muss schon rein für meine fails und der assistance quid ja auch nicht rausschneiden du hast die spinne grad nicht gekillt naja das ist ja mies wenn wir die kunden haustiere töten hast du recht sonnenlicht so jetzt geh ich hinter dich genau wenn es jetzt schafft mich zu grillen dann bist du dumm dann bist du dumm vielleicht sollte ich es aus Versehen machen ich weiß aber nicht wo lang ne 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 so nicht nicht den spiegel kommit äh moment geh da hoch am besten wo hoch ich komm da nicht hoch auf das podest hier bei mir ne hier zu mir ich weiß und dann da hoch dann kann ich dich nicht grillen außer sehen so jetzt mach jetzt kommt ah jetzt stürmt einer muss ja gucken was müssen wir denn treffen genau äh wahrscheinlich die tür nein wir müssen so ein kurmiges ding in der ecke rechts unten in der ecke hier da ja die frage wie ähm hier mit dem wahrscheinlich drehen oder ja wow was für ein schweres rätsel gut da muss aber noch irgendwas anderes passieren ich weiß also das ist nicht alles wahr wahrscheinlich das hier noch keinen sinn reicht nicht wenn wir das machen muss doch irgendwas anderes dabei sein aber was ist da sonst noch irgendwas bei dir ne es war nur das eine ding ich meine damit haben wir das ja sozusagen aktiviert was noch da oben bei dir was moment was machst du eine nachricht schreiben ich hab ne eine andere bekommen vom formel 1 ach so ja mittwoch fahren wir erst ne das ist wichtiger als deine formel 1 du bist ja wie der stefan ich muss doch die antwort schreiben damit die bescheid wissen so ich bin ja da also bei mir ist hier oben gar nichts naja so einfach ist es dann doch nicht trinken ach toll ach ich hab ne idee ich geh aufs Podest Moment ah ah zu mir toll na gut ich hätte das irgendwie schwer war aber wohl total einfach ach es kommen mehrere ok ich geh wieder aufs Podest wo ist denn das nächste Podest von mir aus darfst du von mir aus darfst du diesmal ok koordiniere ich dich ein bisschen äh wie soll der Flinte funktionieren wie ist der Start ja muss hinter gehen und dann L2 drücken wenn es geht dahinter gehen das Ding zieht mich drücken umstoßen aha ok im Moment ja wäre ich dahinter gestanden wäre ich gegrillt worden hehehe so sicher nicht rätsel erinnert mich an der Ann Schalbert auf jeden Fall hab ich oft genug gehabt schatet ne beobachten wir ihn mal mit der Sniper hm denn der grill ich mich jetzt selber oder wir haben ein kleines Problem oder er kann sich nicht selber grillen wenn du dahinter stehst ah ist fast richtig ich geh jetzt zu dem da hinten genau Wahnsinn ja unglaublich das war sehr schwer ja und ich hab dich nicht gegrillt ich bin nicht zufrieden mit deiner Kunden zufrieden ich bin nicht zufrieden mit deiner Kunden zufrieden nein jetzt gehst du wieder hoch äh wo geh ich denn hoch oder du bleibst dahinter ist mir egal du hast ne 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 du kannst hier hoch gehen wo da ok ja du musst es hier rein leuchten ne wo rein hier ja aber ich hab ja noch Zeit mal die Truhe hier holen erstmal die Truhe hier öffnen in der gar nichts drin ist oh wir waren in der Falle na typisch es war ja sowas von klar dass du wieder irgendwen jaja ah viel Spaß damit und mich lassen sie in Ruhe äh doch nicht komm gehts sterben mit der Pumpgang ab zur Bank Mann ja du darfst auch schießen doch ich hab ein Maschinengewehr ok da war eine Schatztore ist doch klar dass ich die aufmache nein dann werde ich nicht bei mir ah da steckt doch mal da merkt man mal grad die Maschinengewehr keine Kraft hat ich hoffe du bist noch oben ja jetzt kommt's bloß ab äh ja wie komm ich da jetzt hin haha komm mal durch kann doch nicht durch ja wollte ich grad sagen die sind doch nicht aus äh Feuer da kannst du du kannst doch mal durchgehen ist nicht schlimm nö 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 tut dich weh was hattest du denn denn geschrieben dass du grad am aufnehmen bist genau kannst du unser Let's Play am Gucken sagen ne kannst du ja nix was ist denn hier los wo muss ich denn überhaupt hin ich hab hier keine Antwort ich kann hier nix machen ich kann jetzt nicht sagen ich kann runterspringen wow da wollte ich aber gar nicht hin gerade in dem Moment vermute ich mal total falsch hä normalerweise müsste es jetzt passen wenn du das drehst aber so schwer sind die restlichen ja nicht du musst einfach nur ein bisschen drehen guck wow wow das war sehr schwer zwei Türen eigentlich war es nur Gelauferei Gelauferei gute Deutsch gehen wir uns trennen oder gehen wir gemeinsam da rein gehen gemeinsam irgendwo lang ok dann willst du da allein lang ja hier sieht auf jeden Fall sehr nett aus hier drin geh du mal vor immer diese Haustiere ja guck mal die lieb die mich haben ihr habt mich so lieb das ist so nett von euch ihr wollt mich direkt umarmen alter vor allem wie ich mit dem Messer auf dich einsteche alter wie laut du wie laut auf einmal war es bei mir echt? ja ich bin aus dem See bei meinem Kopfhörer auf lauter gekommen ok gut warte eine Falle kein schöner Tod passt es wieder du passt immer voll laut ey ja gut aufdrücken hab schon untersucht eine Falle nein wie eine Hinrichtungskamera oh echt wirklich oh der war aber nichts außer ein paar Spinnen nehmen wir diese Haustiere war Resident Evil nicht früher Horror? ja aber ab 5 nicht mehr so stark nee da machen wir uns drüber lustig äh ah du musst drehen ok ne geh mal auf Seite ja Moment das ist noch Moment ne 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 komm mal raus warte 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 ich muss raus nee komm mal mit nee 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 Platzkamera Alter klack dir noch an war ne scheiß Schlange ja wo ist die scheiß Schlange da ist die scheiß Schlange ich hab hier nur Schätze oh meine Batterie ist fast leer Leute na super lad da rauf ich hab das Kabel nicht mehr uaaaaaah ja warte mal ich muss gleich an ne Steckdose gehen ey weißt du die böse Schlange ja die hat mich auch zu machen angegriffen schon dann hab ich sie noch nicht mehr gewischt mehr stirb so gut bevor wir hier kurz äh warte machen obwohl mach du das äh ich muss mal von oben zu gucken genau dann kannst du kurz mal genau den Kabel holen so wie kommt der jetzt dahin wahrscheinlich schon benutzen nein das war ein bisschen knappig so jetzt passt das ganze wie komm ich jetzt hier wieder raus das ist eine Frage wartet mal Leute ich komm nicht mehr raus ich komm nicht mehr raus ich komm nicht mehr raus echt nicht nein du musst jetzt was anderes drehen ja warte ohne mich zu grillen so wird das Kabel dann gereicht oh ja reicht du musst jetzt irgendwas drehen um äh okay irgendwas ist es egal was ich bin hier hinter drehen wir das äh neben der Säule wir gehen wir auf die andere Seite ne ne ich mein nicht das hier das andere ah du kommst auch nicht durch ne okay okay irgendwas müsste hier eigentlich relativ sicher stehen jetzt gehen wir gehen wir da hinten wo bist du äh du kannst ruhig dahinter bleiben jetzt bin ich dahinter hä du warst doch dahinter egal hat er gespeichert äh dann würde ich mal sagen müssen wir anders drehen in dem Moment genau einfach andersrum da müssen wir jetzt äh oder ich stand nicht komplett richtig also okay die Kiste machen wir auf jeden Fall nicht auf da alle anderen Sachen sind ja jetzt offen ne die sind auch schon zu wir müssen alles jetzt neu machen ne ne die Sachen sind offen nein also okay fast alle Sachen sind offen mal die Strema naja ich hab das falsche gedreht in dem Moment Alter ich war doch fertig du musst das ja noch drängen ne oder warte gut dann schauen wir den Kevin bei der Arbeit zu ja so das haben wir schon mal die Schatzkammer hier zuerst ne warte mal jetzt was jetzt ja guck mal wir können jetzt rumgehen ohne was zu erwischen aber jetzt kann ich das Mittelding drehen und dann können wir da gleich einfach locker reingehen wenn ich die Mitte dann drehe eins davon war ne Falle ne ja kümmer du schon ich komm mich um die Schätze der rechte Raum war ne Falle ne ja da waren ein paar Gegner drin komm nicht raus ich dreh jetzt schon mal ja kommst du da noch raus jetzt ja ok oh Schlange ja weg ist es stirb Schlange ja ja den Schatz hol ich mir wieder ne ja 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 ja